Zum Jubiläum Gegen Toronto hat Zlatan Ibrahimovic sein 500. Pflichtspieltor geschossen. Von Malmö über Juventus Turin bis Lage Exi, hier eine Teameline aller Treffer des Schweden. Quelle, Omnesport Es ist das 500. Tor seiner Karriere. Und was für eins! Zlatan Ibrahimovic lässt Fans, Mitspieler und Gegner im Spiel seines Klubs Los Angeles Galaxy gegen den FC Toronto staunen. Der schwedische Fußballstart Zlatan Ibrahimovic hat das 500. Tor seiner Profi-Laufbahn erzielt, und das auf spektakuläre Weise. Der 36 Jahre alte Stürmer markierte in der nordamerikanischen MLS beim 3.5, 1.3, seiner Los Angeles Galaxy beim FC Toronto seinen Jubiläumstreffer aus der Drehung per Karate-Kick, 43. Zlatan und Raute 39 Semi-Kolon S500DH Karriere Goal ist Ridiculous.